So macht der Sommer keinen Spaß. Ich hab mir neul, dass jetzt die Schuhe anführt. Das ist trocken, das Zeug draußen, trotz Wind und Geld. Diese scheiße Höhe. Das Hörer war auch nicht auf. Als er rausging, hat er so ein Bisschen geklopft. Ich hab ja sonst immer, wenn ich aus dem Haus gehe nach dem Wetter, ich bin einfach nicht in Form. Ja, ne? Ich bin überhaupt nicht in Form. Ganz schlimm. Die wachen da draußen. Direktor in meinem Büro. Wer hat die Kontrolle? Tests, Tests, Tests. 1, 2, 3, 4. Ja. Die Klamenkung. Das ist nicht so. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Wenn ich den Bruder auch so richtig mache. Das ist so, was ich hier, jetzt nicht gemacht habe. Und wir haben jetzt mal, wir haben jetzt mal, ich muss mal schauen, ob es ein bisschen durch ist. Der hat sich hier gemacht. Moment mal, wenn wir uns durchstehen. Das stimmt doch mal wie ungescheit. Hey, guck mal da raus. Ja, guck mal da raus.